Aswan Aswan oder Aswan, altägyptisch Sonu, griechisch Sühne, französisch Asung, ist eine Stadt in Oberägypten auf dem östlichen Nilufer mit etwa 250.000 Einwohnern, 2006, und Hauptstadt der gleichnamigen Provinz Gouvernement Aswan. Die Stadt liegt unmittelbar nördlich der beiden Aswan-Staudimme, die den Nassersee im Norden begrenzen bzw. nördlich des ersten Nil-Katarakts, Nilschnelle. Stadtgebiete – sie sind zwar keine Stadtteile im echten Sinne, gehören aber im weiteren Sinne zu Aswan. Mit dem unvollendeten Oberlisken, mit der Nekropole von Quidabuelhava, dem Simeonskloster und dem Grabmal des Agakhan, mit dem Oberlisken Setossi, mit dem Grabungsareal im Süden der Insel. Hier befinden sich und andere die Sattet- und Chnum-Tempel, das Heiligtum des Hekhaib und das Aswan-Museum. Mit dem Botanischen Garten. Der Eintrittspreis beträgt Le 20, Stand 10 2017. Nil-Insel, Seel. Neben dem malerischen Dorf befinden sich hier zahlreiche Felsinschriften, unter ihnen die sogenannte Hungersnot-Steele, Reste der Keppelle der Anuket und eines kleinen Tempels aus der Zeit Dolmaios 4. Hintergrund der älteste Teil der Stadt Aswan, das alte ägyptische Abu, Elefant oder Elfenbein, befindet sich auf der Insel Elefantine, deren Siedlungsspuren bis in die Negadezeit, um 3500 v. Chr., zurückreichen. Das Gebiet auf dem Ost- und Westufer wurde im Wesentlichen für den Abbau von grauen Granit und Rosengranit seit dem frühen Alten Reich benutzt. Hier befanden sich Ägyptens berühmteste Granitsteinbrüche, die auch noch in der heutigen Zeit ausgebeutet werden. Aswan, bzw. Elefantine, bildet die südliche Grenze Alte Ägyptens. Sie war der wichtigste Umschlagplatz für den Handeln mit Nubien. Als Grenzstadt und Zentrum des Granitbergbaus wird Aswan ebenfalls bedeutendes politisches Zentrum. Aswan, die Stadt auf dem Ostufer, ist selbst relativ jung. Die frühesten Zeugnisse stammen aus der 20. Dynastie. Erst das Bevölkerungswachstum in der 30. Dynastie führte dazu, dass das Stadtgebiet der Insel Elefantine auf das Gebiet der heutigen Stadt verlagert wurde. In griechisch-römischer Zeit werden hier zwei Tempel errichtet. In der Folgezeit verliert Elefantine als Siedlungsgebiet gegenüber Aswan vollständig an Bedeutung. In römischer Zeit ist Aswan Garnisonsstadt. In christlicher Zeit wird Aswan Bischofssitz. Da Aswan immer wieder von Beduinenanfällen bedroht wurde, wird hier 1517 unter Sultan Selim erneut eine Garnison angelegt. Die Griechen bezeichneten die Stadt als Süne. Die Stadt war von wissenschaftlicher Bedeutung, den Griechen war aufgefallen, dass hier zur Sommersonnenwende, Sommersolstitium, die Sonnenstrahlen senkrecht in einen Brunnenschacht einfielen, der diesbezügliche Wendekreis des Krebses, nördliche Wendekreis, liegt allerdings etwas weiter südlich. Der Ursprung der Stadt namens Sunu, altägyptisch, Süne, griechisch, und Aswan, arabisch, begründet sich auf Handel bzw. Markt. Dies dürfte in ihrer Funktion als Grenzstadt zu Nubien der einträglichste Wirtschaftszweig gewesen sein. In heutiger Zeit bilden Granitabbau, die Ausbeutung von Erzgruben und die Verarbeitung von Stickstoffsalzen im Stickstoffwerk, Düngemittelwerk, Kimmer, den größten in Afrika, die wirtschaftliche Basis der Stadt. Das wirtschaftliche Wachstum führt natürlich zu einem rasanten Bevölkerungswachstum, Aswan ist heute die drittgrößte Stadt in Oberägypten. Leider leidet das Stadtbild darunter, die modernen Betonbauten werden wohl kaum in Reiseführern erwähnt werden. Aufgrund seines trockenen und angenehmen Klimas ist die Stadt seit dem Ende des 19. Jahrhunderts bei europäischen Reisenden beliebt. Insbesondere in den Wintermonaten zieht es sie hierher, um hier Linderung für ihre Krankheiten zu erfahren. Auch siedeln hier in Aswan Beduinen, dies im Wesentlichen auf einigen Nilenzellen wie Elefantine und am Südosten der Stadt. Lage der Nilenzellen Etwa im Bereich in der südlichen Hälfte der Stadt Aswan erstreckt sich die Insel Elefantine über eine Nord-Süd-Entfernung von ca. 600 Metern im Nil. Nordwestlich der Insel Elefantine liegt die Lord Kitchener Insel. Etwa 50 Meter südlich der Insel Elefantine liegen die Insel Amun im Westen und die Esa-Insel im Osten. Etwa 250 Meter südlich der Amun-Insel befindet sich die Isis-Insel, an deren Ostseite sich weitere Inseln befinden, und weiter südlich die Insel Ambum-Art. Ca. 2 Kilometer südlich der Insel Elefantine befindet sich die Insel Saluga, ca. einen weiteren Kilometer südlich die Insel Suhail, Seel. In einer Entfernung von weiteren 3 Kilometer befindet sich der alte Staudamm. Straßennetz Aswan durchqueren vier Straßen von Nord nach Süd, die westlichste ist die Nilufa-Strasse, Konish-el-Nil, es folgt die Schari-Tachia und die Schari-Es-Soku, auch Schari-Sa-Azaklul genannt, also die Marktstraße. Am nördlichen Ende der Schari-Es-Soku befindet sich der Bahnhof von Aswan. Zwei wichtige West-Aus-Quer-Verbindungen sind die Schari-El-Mata, etwa auf der Höhe der Nordspitze der Insel Elefantine und die Schari-Quaser-El-Hagar nördlich der Katarakt-Hotels. Im Süden der Stadt zweigt die Konish-el-Nil etwa auf Höhe des Ferialgartens bzw. der koptisch-orthodoxen Kathedral nach Osten ab. Bleibt man auf dieser Straße, so erreicht man nach ca. einem Kilometer den Steinbruch mit dem unvollendeten Oberlisken. Mit dem Flugzeug der dient hauptsächlich der Abwicklung von Inlandflügen von Egypt-Avon bzw. nach Kairo und Luxor. Der Flughafen befindet sich auf der Nil-Westseite etwa in Höhe des neuen Staudamms. Es verkehren keine öffentlichen Verkehrsmittel zum Flughafen. Man ist somit auf ein Taxi angewiesen, das etwa 30 bis 100, je nach Verhandlung SG ist schick, bis zum Bahnhof in Aswan kostet. Den Preis sollte man im Voraus aushandeln. Mit der Bahn Aswan liegt an der Bahnlinie Kairo-Menial-Uxor-et-Fu-Aswan. Der befindet sich im nördlichen Stadtzentrum. Eine Touristeninformation befindet sich nördlich außerhalb der Bahnhofshalle. Klimatisierte Schnellzüge verkehren etwa dreimal täglich. Fahrkarten können relativ einfach erworben werden, weil das Personal Englisch versteht. Fahrkarten für die klimatisierten Schnellzüge sind gleichzeitig Platzkarte, also nur für den gewählten Zug gültig. Die Preise sind auch in der ersten Klasse erschwinglich. Bei stark frequentierten Zügen wie zum Beispiel den Nachtzügen ist der Fahrkartenverkauf mehrere Tage vorher ratsam. Touristen können nachfolgende sogenannte Protected Trance geschützte Züge benutzen. Luxor, Aswan, 7.15 Uhr, Zug 996, 9.25 Uhr, Zug 1902, und 17.10 Uhr, Zug 980, Fahrzeit, 3 Stunden. Fahrpreise, 1. Klasse, 41. Klasse, 2. Klasse, Le 25, Stand 3 2008. Geschützte Züge in der Gegenrichtung fahren bis nach Kairo um 6 Uhr, Zug 981, um 18 Uhr, Zug 1903, und um 20 Uhr. Zug 997, die Fahrzeit bis nach Kairo beträgt mindestens 13 Stunden, der Fahrpreis beträgt Le 109, 1. Klasse, bzw. Le 55, 2. Klasse, Stand 3 2008. Weitere Züge in Richtung Luxor fahren zum Beispiel um 6 Uhr, 8 Uhr morgens und um 16 Uhr. Zwischenhalte sind in Darao, Comombo, Edfu und Esna. Eine Zugfahrt nach Edfu kostet Le 8 bzw. nach Comombole 6 in der ersten Klasse, Stand 2005. Mit den Vatania Sleeping Trance, vormals Egypt Abelakorp, kann man im Schlafwagenzug von Aswan nach Kairo reisen. Abfahrtszeit sind 16 Uhr, Zug 83, 19 Uhr, Zug 85, und 19 Uhr, Zug 87, die Fahrpreise sind sehr hoch und müssen bar bezahlt werden, 120 Dollar im Einzelabteil, 100 Dollar im Doppelabteil, 85 Dollar für Kinder von 4 bis 9 Jahren, Stand 1 2015. Es verkehrt zudem noch eine Linie zum Hochdamm, sagt El Ali. Die Linie ist defizitär und unzuverlässig, häufig fallen Züge aus. Offizielle Abfahrtszeiten sind 6 Uhr, 8 Uhr und 11.30 Uhr, der Fahrpreis beträgt Le 15 bis 20. Auf der Straße die An- und Abreisen nach Luxor und Marsa Alam kann in der Zeit von 6 Uhr bis 18 Uhr ohne Konvoi erfolgen. In der Nacht ist man auf einen kostenpflichtigen Konvoi angewiesen. Die Konvoi-Pflicht nach Abu Simbel ist seit Oktober 2016 aufgehoben. Allerdings müssen touristische Fahrten weiterhin angemeldet werden. Es wird nur der direkte Weg gewählt, das heißt, die weiteren archäologischen Städten entlang des Nassersees werden nicht angefahren. In Absprache mit der Touristenpolizei besteht auch die Möglichkeit eines kostenpflichtigen Privatkonvois. Aswan ist auch über die im Juli 2007 fertiggestellte Straße zwischen Marsa Alam und Edfu vom Roten Meer aus erreichbar. Der Nil kann nur über den neuen Aswan-Hochdamm oder über eine Brücke ca. 20 km nördlich von Aswan überquert werden. Mit dem Bus Aswan kann von Luxor aus auch mit dem Bus erreicht werden. Ab Egypt Travel bedient folgende Buslinien von Luxor aus, Luxor, Esna, Edfu, Aswan, 7 Uhr und 15 Uhr 30, auf der Ostuferstraße. Zwei Linienbuspaare gibt es täglich täglich von und nach Abu Simbel, ab Aswan 8 und 17 Uhr, ab Abu Simbel 6 und 13 Uhr. Die Fahrt dauert etwa vier Stunden. Der Fahrpreis beträgt Le 60, Stand 2018. Der neue, der Linienbusse von Aba Egypt Travel und der Servicetaxis befindet sich ca. 4 km nördlich des Stadtzentrums. Es werden nur so viele Fahrgäste befördert, wie Plätze vorhanden sind. Im Falle langer Strecken empfiehlt es sich, die Tickets im Vorverkauf mindestens einen Tag vorher zu erwerben. Hotels bieten auch Fahrten mit einem Minibus nach Abu Simbel an. Die Kosten liegen zwischen Le 150 und Le 350, Stand 5 2019. Mit Servicetaxis Touristen dürfen nicht mit den Servicetaxis mitfahren. Der Bahnhof wäre ebenfalls der neue Busbahnhof. Mit dem Schiff Aswan ist Ausgangs- oder Endpunkt von Nilkreuzfahrten von bzw. nach Luxor und Abu Simbel. Die Anlegestellen für Kreuzfahrten nach Luxor befinden sich in Aswan. Die Anlegestellen nach Abu Simbel südlich des Aswan-Hochdams. Eine Buchung für eine Kreuzschifffahrt ist auch vor Ort möglich. Hier bieten sowohl Hotels als auch Reiseagenturen Kreuzfahrten an. Eine Möglichkeit besteht auch darin, mit den Managern bzw. der Rezeption der Kreuzfahrtschiffe möglichst am Vormittag direkt zu verhandeln und ein günstigeres Angebot zu erhalten, was insbesondere bei nicht ausgehehlasteten Schiffen Erfolg verspricht. Die Kosten für eine Nacht für eine Doppelkabine betragen größenordnungsmäßig 60 Dollar auf einem 3 Sterne und ca. 80 Dollar auf einem 5 Sterne Schiff. Von Aswan aus gibt es eine Fährverbindung nach Wadi Halfa auf dem Ostufer des Aswan-Stausees in den Sudan. Sie war zeitweise einzige Verbindung in den Sudan auf dem Land- oder Wasserweg. Die Hauptstraße über Abu Simbel nach Wadi Halfa ist Anfang 2017 jedoch schon seit wenigstens zwei Jahren kontinuierlich geöffnet. Das Ticket-Office der Fährgesellschaft befindet sich nähe Mahabah Hotel hinter der Touristenpolizei. Ticket kauft ausschließlich mit gültigem sudanesischen Einreisevisum. Die Fähre fährt ein- bis zweimal wöchentlich, sie startet sonntags in Aswan in Richtung Sudan und donnerstags in Wadi Halfa in Richtung Ägypten. Saisonweise gibt es einen zweiten Kurs ab Aswan-Mittwoch, Rückfahrt Montag ab Wadi Halfa. Die beiden Kurse werden von zwei Schiffen bedient. Check-in Aswan-Haidam-Port ist vormittags ab etwa 10 Uhr wenn das G zum Terminal am Haidam-Bahnhof öffnet. Die abstrusen bürokratischen Ausreiseformalitäten, von denen noch vielfach im Net berichtet wird, wurden auf ägyptischer Seite zu einem glatten, rasch zu absolvierenden Parkour verdichtet. Die Abfertigung für Ausländer ist freundlich. Abfahrt früher Abend. Die Überfahrt dauert ca. 18 Stunden. Plus eine Stunde Zeitdifferenz. Preis erster Klasse ab Aswan 2017. 400 Le pro Person. Shared Cabin. Stockbett. Die Sudanese Siedschi-Einreiseabfertigung beginnt während der Überfahrt und ist etwas bürokratischer. Ausländische Touristen werden unaufgefordert gelotst. Der Zoll in Wadi Halfa kann ein- bis zwei Stunden Zeit kosten. Bei der Fähre handelt es sich um eine Personenfähre, Fahrräder und Motorräder können mitgenommen werden. Größere Fahrzeuge werden auf einem angehängten Ponton oder einem separaten Frachtschiff mitgenommen. Die Kosten für einen derartigen Ponton sind hoch, sie betragen 1600 US-Dollar für den gesamten Ponton, auf dem bis zu vier Fahrzeuge Platz haben. Die Zollformalitäten sind aufwendig und können mehrere Tage in Anspruch nehmen. 2017. Die Fahrzeugmitnahme mit der Nilfahrer ist bei geöffnetem Straßenübergang in den Sudan nicht mehr lohnend. Die vielfach berichtete Überfüllung der Fähre trifft seit der Entlastung durch den Straßenübergang mit Passagierbus-Transport nicht mehr zu. Boote, Schiffe und Fähre-Personen-Fähren verbinden das Ostufer mit dem Westufer und den einzelnen Inseln. Etwa 150 Meter südwestlich des Bahnhofs verbindet eine Fähre Ost- und Westufer. Man erreicht das Westufer etwa am Nordende des Gräberfeldes von Quyt-Elhava. Auf halber Länge der Insel Elefantine, verbindet eine einheimischen Fähre das Ostufer der Stadt, nördlich der Polizeistation, und Elefantine. Man erreicht Elefantine etwa an der Grenze zwischen dem Turmhotel und den Nobis-Tchen-Dörfern. Etwa auf Höhe der Geschäftsstelle von Egypta verbinden mehrere Fähren das Ostufer mit verschiedenen Inseln, Südspitze der Insel Elefantine, Insel Essa, Amun und Isis-Insel. An der Mitte des Westufers der Insel Elefantine starten Fähren zur Lord Kitchener-Insel und zum Westufer von Aswan etwa auf der Höhe des Aga Khan-Mausoleums. Nilfahrten mit einer Feluca, Feluke, oder mit einem Motorboot werden von zahlreichen einheimischen Bootsführen angeboten. Die meisten von ihnen sprechen auch Englisch, ihre Muttersprache ist einer der Nobis-Tchen-Dialekte, was mit dem Arabischen nicht verwandt ist. Zu beachten ist, dass man den Preis vorher aushandelt, wobei man daran denken sollte, dass einerseits die Feluken-Kapitäne sich sehr gut auskennen, beispielsweise auch genau die Strömung zwischen den Kataraktfelsen kennen, andererseits sollte einem bewusst sein, dass das Feluken-Angebot oft die einzige Einkommensquelle ist und diesbei für die Ägypter. Hier, Nubia, enorm gestiegenen Preisen, hohe Inflation für ganz Ägypten bei extrem niedrigen Löhnen, ein Arbeiter der städtischen Elektrizitätswerke verdient etwa 200 im Monat, bei ständig unsicherer Lage, ob sich Touristen einfinden oder nicht. Mit dem Auto wer nicht laufen mag, findet zahlreiche Taxes vor Ort. Auch für den Besuch der Steinbrüche südlich von Aswan genügt ein übliches Taxi, ein allradgetriebenes Fahrzeug ist nicht nötig. Es gibt keine Mitwagenfirmen in Aswan. Der Nil kann nur über den neuen Aswan-Hochdamm oder über eine Brücke ca. 20 km nördlich von Aswan überquert werden. Sehenswürdigkeiten Hier sollen nur die Denkmäler im eigentlichen Stadtgebiet behandelt werden. Die Monumente in den restlichen Stadtgebieten sind dort beschrieben. Pharaonische Denkmäler Die Stadt besaß in der griechisch-römischen Zeit mindestens zwei Tempel. Der Tempel ist von Westen nach Osten 19 Meter lang, 15 Meter breit und 7 Meter hoch. Das Mauerwerk besteht aus Sandsteinlücken, wobei die Seiten und die Rückwand in Bossenmauerwerk ausgeführt sind. Zwei Eingänge zum Tempel befinden sich auf der Westseite, das Hauptportal in der Mitte und ein Nebeneingang zur Rechten. Die Fassade ist mit Ausnahme der Türen und dekoriert. Beide Eingänge besitzen einen Hohlkellenabschluss mit der Flügelsonne, dekorierte Sturze, Pfosten und Leibungen. Auf dem Sturz des Hauptportals wurden in beiden Hälften je zwei Szenen angebracht. Von links nach rechts erkennt man Tolmaios III, wie er, gefolgt von Berenike II, Wein an Isis, ein Bildnis der Mat an Hnume, Satis und Anukis, Weihrauch an Osiris Honnofais, Isis und Harpokrets opfert sowie vor Sobek und Hathor steht. In drei Szenen auf dem linken nördlichen Pfosten opfert Tolmaios III. Ein Bildnis der Mat an den Gott Armen emeritiert Ipeet, Milch an eine Göttin und Weihrauch an Isis. Auf dem gegenüberliegenden Pfosten ist der König dargestellt, wie er Wohlblätter an Minetamun, Milch an Hathor opfert und vor einem Opfertisch und Isis steht. Auf den Leibungen befinden sich Hymnen an Re bzw. Isis oberhalb des Bildnisses von Tolmaios III. Vor den Göttern vor Hars Aiese, links, und Tod. Der Sturz des Seiteneingangs weiter rechts südlich besitzt ebenfalls vier Darstellungen des Königs Tolmaios III, wie er an Horus, Osiris und Hathor, Isis und Nephthys sowie an eine weibliche Gottheit mit Doppelfeder und Sonnenscheibe, möglicherweise Berenike II, opfert. Auf den Leibungen ist der König mit unter bzw. oberägyptischer Krone dargestellt. Hinter den Zugängen folgt eine breite und dekorierte Opferhalle, in der sich zwei quadratische Pfeiler mit Abacus und zur linken ein Altar mit Hohlkellenabschluss befinden und die durch zwei große Fenster im hinteren und oberen Teil der Halle ausgeleuchtet wird. Von der Opferhalle gelangt man sowohl in das zentral gelegene Sanktuar, Allerheiligste, und in zwei daneben liegenden Seitenkammern, wobei das Sanktuar und die rechte Seitenkammer mit einer Tür verbunden sind. Der Zugang zum 7,4 Meter langen und 4,5 Meter breiten Sanktuar besitzt eine Inschrift Tolmaios IV. Auf dem Türsturz und auf den Pfosten Opferhandlungen Tolmaios III. sowie Nilgötter an der Basis. Der König reicht auf dem linken Pfosten Brot an Hars Aiese, Weihrauch an Osiris Honnophris und Isis sowie ein Cholea an Isis und Nephthys. Auf dem rechten Pfosten reicht er Brot an Tod, Opfert an Isis sowie an Isis und Hathor. An den Laibungen wurde ein Hymnus an Isis angebracht. Die Rückwand des Sanktuars besitzt je zwei Szenen in zwei Registern. Im oberen Register betet Tolmaios III. Osiris, Isis und Hapokritz an, bzw. opfert er zusammen mit Berenike II. Anhnume, Sates, Anukis und Hars Aiese. Im unteren Register opfert Tolmaios III. Brot Anhnume, Sates, Anuk. Islamische Monumente Friedhöfe aus Fatih-Medischär-Zeit, 9. Jahrhundert nach Christus. Zum einen gibt es zwei relativ kleine innerstädtische, aber verschlossene Friedhöfe, zum anderen einen recht umfangreichen Südlicht des Nobia Museums. Letzterer ist frei zugänglich. Etwa 50 dieser Mausoleen wurden als Kuppelgräber gestaltet. Das bedeutendste Grab der südlichen Gräbergruppe, das, Grabstätte eines Heiligen, eines unbekannten Scheichs, das sogenannte Grab der 77 Stadthalter, Maschatzab Aversab in Wali, befindet sich auf dem Freilichtgelände des Nobia Museums. Man benötigt aber unter Umständen eine Genehmigung des Inspektors für islamische und christliche Altertümer, um es besichtigen zu können. Die Grabmeller sind Lehmziegelkuppelgebäude, zumeist mit quadratischem Grundriss. Da die Friedhöfe 1886 überschwemmt wurden, wurden die Grabsteine nach Kairo verbracht. So ist es heute leider unmöglich, den Grabstädten ihren Besitzer zuzuordnen. Bei den Bestatteten handelt es sich zumeist um Soldaten mit ihren Familien. Einige Grabsteine enthalten Stammbäume. Die Todesursachen sind zumeist kriegerischer Natur oder Krankheiten. Zwei stark befestigte Minarette aus Fatimidischer Zeit. Am einfachsten lässt sich das südöstlich des Basma Hotels Gelegene, ergründen. Das zweite befindet sich im Bereich der Insel Agilkia hinter dem alten Staudamm. Beide Minarette dienten auch als militärische Wachbosten, daher ihre starke Befestigung. Im Oberteil des Minarets tragen sie eine schwer lesbare Bauinschrift. Museen. Auf der Insel Elefantine befinden sich noch das gegenwärtig Geschlossene und das. Auf der Insel Elefantine befinden sich noch das gegenwärtig Geschlossene und das. Angeln näheres hierzu erfahren sie im Artikel Nasser See. Kirchliche Messen. Messen werden in der katholischen Kirche, Tachri St., samstags und sonntags um 19 Uhr gehalten, Telefonnummer, 0-97-230-3208. Zum Evangelisch-Missionskrankenhaus gibt es eine Kapelle, die von der Corniche L. Niel, dies ist der Hintereingang des Missionskrankenhauses, mit einem Schild Kirche, Church gekennzeichnet, aus erreichbar ist. Die Messen werden in Arabisch, Englisch und Deutsch sonntäglich außer dem ersten Sonntag im Monat um 10 Uhr 30 gehalten. Im Sommer werden eventuell keine Messen gehalten, hierüber informiert der Aushang. Eventuell muss man sich laut bemerkbar machen oder im nördlich benachbarten Buchgeschäft anrufen lassen. Der Pfarrer Joachim Pesler ist unter 0109-326-1848 erreichbar. Einkaufen in der Schari Essoku, auch Schari Saatzaklul genannt, zweite Parallelstraße östlich der Corniche L. Niel, Nilufastrasse, befindet sich ein ausgedingtes Basar-Gelände, das im Norden, ungefähr am Bahnhof, beginnt. Zudem gibt es eine Reihe Geschäfte an der Nilufastrasse, Corniche L. Niel. Küche Es erscheint hier sinnvoll, die Restaurants nach ihrer Lage zu trennen. Die Restaurants sind mit wenigen Ausnahmen günstig. In Bahnhofsnähe Weitere Cafés befinden sich weiter westlich an der Südseite des Bahnhofsplatzes. Im Bazar und in der Stadt die Bazarstraße ist sowohl unter dem Namen Saatzaklul St. als auch El Suu Kust. bekannt. An der Uferpromenade, Corniche L. Niel, die Restaurants befinden sich im Bereich Zwieschen dem Isis Hotel und dem Ferialgarten. Alle Restaurants bieten Fisch, dies ist in der Regel der Nil-Tillapia, Oricromis nilotaisius, ein Bundbarsch, sowie der Nilbarsch, Lates nilotaisius, natürlich aus dem Nassersee. Aufgrund der Größe der Fische werden sie immer filetiert und dann weiterverarbeitet. Fisch, aber auch Fleisch wird häufig in einer Auflaufform bzw. Kasserolle angeboten. Zu den angegebenen Preisen müssen noch 20% für Bedienung und Steuern hinzugerechnet werden. Cafés auf der Insel Elefantine Café im Turmhotel auf der Insel Elefantine und das kleine Café auf der Lord Kitchener Insel Nachtleben Es gibt nur ein Kino, das Kino. Deskios werden nur in den großen 4 bzw. 5-Sterne-Hotels wie z.B. Isis Island Resort und Bismar Hotel durchgeführt. Deskios werden nur in den großen 4 bzw. 5-Sterne-Hotels wie z.B. Isis Island Resort und Bismar Hotel durchgeführt. Vorbemerkungen Im Vergleich zu anderen Touristenorten Ägyptens gibt es in Aswan relativ wenige Hotels mit gehobenen Standard. Auch das Niveau der Hotels lässt sich nicht immer mit dem aus Luxor oder Kairo gewohnten Standard vergleichen. Insbesondere in der Wintersaison kann es zu Schwierigkeiten führen, weil die meisten Hotels ausgebucht sind. Zudem wurden mehrere Hotels in den vergangenen Jahren geschlossen. Die Zimmerpreise im Winterhalbjahr sind in den meisten Hotels deutlich höher als im Sommerhalbjahr. Einige wenige Unterkünfte gibt es auch auf dem Westufer sowie auf den Nielinzellen Heißer und Suheil, Seele. Schulen In der Nähe der Universität gibt es eine französische Schule. Sicherheit Die Stadt Aswan ist sicher. Die An- und Abreisen nach Luxor und Marsa Alam kann in der Zeit von 6 Uhr bis 18 Uhr ohne Konvoi erfolgen. In der Nacht ist man auf einen kostenpflichtigen Konvoi angewiesen. Für die Fahrt nach Abu Simbel müssen sie sich einem Konvoi anschließen. Krankenhäuser In der Stadt gibt es mehrere Krankenhäuser. Apotheken Es gibt zahlreiche Apotheken in der Stadt, so ZB die Apotheken Galal oder El Nail an der Konisch El Niel. Touristinformation Es gibt in Aswan zwei Büros der Touristikinformation. Touristenpolizei Die Hauptstelle der Touristenpolizei, Telefonnummer, 0-97-230-3436, befindet sich nahe dem Mahabah Hotel, eine weitere Zweigstelle in der Abtal-Tachri-St. Antikenbehörden Die Antikenbehörde für pharaonische Altertümer bei Nubia Museum Die Antikenbehörde für koptische und islamische Altertümer befindet sich auf der Ostseite in der Tachri-St., nördlich der Tankstelle unweit des Kleopatra-Hotels. Bankengeldautomaten, ATM, sind außerhalb der Banken angebracht. Einige ATMs akzeptieren auch Maestro-Karten. Die Automaten sind aber nicht ganztägig in Betrieb. Visaverlängerung Eine Visaverlängerung kann in der Passstelle im An der Corniche El Niel erhalten werden. Die Passstelle ist sonntags und montags bis donnerstags von 8 Uhr bis 14 Uhr geöffnet. Für die Verlängerung werden ein Fotokopie des Reisepasses und ein Lichtbild benötigt. Die Passstelle befindet sich auf der Nordseite in der ersten Etage. Telefonieren Um 2016 wurden alle Telefonnummern in Aswan umgestellt. Die mit 097-23 beginnenden Telefonnummern sind nicht mehr gültig. Die neuen Nummern beginnen stattdessen mit 097-24. Es gibt keine Regel, mit der man alte in neue Telefonnummern überführen kann. Ausflüge in der Nähe von Aswan gibt es zahlreiche pharaonische und andere Denkmäler. Im Süden von Aswan, die Tempelanlagen von Phile und Kalapsha bzw. der Aswan-Hochdamm, Tempelanlagen von Abu Simbel. Im Norden von Aswan, die Tempelanlagen und Kon-Ombu und Edfu, die Stadt Darau und die archäologische Städte von El-Kab. Untertitelung des ZDF für funk, 2017